Da ich unseren letzten Minecraft Speedrun viel zu einfach fand, dachte ich mir, könnte mir was noch Verrückteres ausprobieren. Und zwar, Minecraft nur im Enddurchspielen. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern habe mir Hilfe dazu geholt. Und zwar, Jonas. Ich guck mal oben, ob du was zum Looten hast. Schau doch gerne bei ihm vorbei, da kommt die nächsten paar Tage auch ein Video mit uns. Also dann, viel Spaß. Okay, bist du bereit? Ja, okay, gut. Guck mal, was das für eine kleine Dingens ist. Aber guck dir an, da ist trotzdem einfach ein... Ein bisschen, ein nicer Star, aber dann können wir vielleicht... Vielleicht gibt es hier ein ganz gutes Equip, das wäre ja schon 50 Endermänner drin. Ich sehe es gerade eine fette Partyfeier. Gibt es hier nichts zum Looten? Ich guck mal oben, ob du das zum Looten hast du nicht gesehen. Ja, doch. Schau mir mal ein bisschen die Welt an, wenn du da ein bisschen das Schiff lootest. Okay, hier komme ich nicht weiter ohne... Ich hätte leider, aber ich hätte aber, glaube ich, eine Kodosfrucht gebraucht. Komme ich hier weiter ohne Frucht, weil dann laufe ich hier einfach... Äh, ohne Gequip, weil dann laufe ich hier mal kurz weiter. Pestiges Spiel. Hast du es rüber geschafft? Ja, aber ich hänge. Also man kann sich ein bisschen freier bewegen als auf der letzten Map, aber auch nur begrenzt. Was hast du so schönes gefunden? Ah, warte. Oh mein Gott. Ich haue den mit meiner Spitzhacke. Hässliger. Ja, okay. Und zwar habe ich eine Diabrust, Eisenhose, Diaschuhe und eine Elytra natürlich. Wait. Ein was Wichtiges noch. Enderman angeguckt. Mayday. Ich habe ja auch nur vier Blöcke von dir bekommen. Der Typ mit den Elytra. Hä, ich habe dir zwölf gegeben und du hast sie halt zum Bauen genutzt. Sorry, dass ich mit deinen zwölf Blöcken gebaut habe. Das muss ich irgendwo tun. Das werde ich nicht. Nö. Oh, war das ein geiler Flug, ey. Ich laufe dann mal hier nach rechts, aber ich habe keinen... Ich habe auf jeden Fall so ein Portal gefunden. Ich glaube, die Korte auch am besten. Au, aua. Ne, tausend irgendwas. Und ich glaube, ich habe eine City gefunden. Ja, ich habe eine. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall das EndCity gefunden. Die hat auch ein Schiff. Die ist ein bisschen größer als die andere. Das ist jetzt nicht riesig, aber ein bisschen größer. Ich habe eine gefunden. Echt? Bin ich im Kreis gelaufen oder warum hat er dieselbe Größe wie die alte? Ich verfolge gerade Original 10 Bälle. Tega, das ist genau dieselbe Größe wie die alte. Wow. Das heißt, es wird nichts drin sein, wahrscheinlich, ne? Aber nur kann das Schiff, falls da alles ist. Das ist keins, ne? Dann ist da nichts. Oh. Ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe mich wieder irgendwo runter tippelt. Ich sehe deinen Namen ganz weit unten. Mann, tippe dich doch einmal hoch. Das ist halt noch mal. Mach ich die ganze Zeit. Okay, geh doch hoch. So ein nerviger Kack. Da ich sehe sie da hinten. Ach, Digga, ich habe diesen hässlichen Bonobo angeschaut. Okay. Viel Spaß mit ihm. Warte, 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 stopp. Nein, hinten wächst sie nicht. Ich habe ihn gerade. Okay, ja doch, doch. Jetzt kannst du ihn. Ja, da gerade habe ich ihn. Ich habe ihn noch. Okay, perfekt. Ja, ich sehe die schon. Ja, ja. Hatte eben schon. LOL! Die ist richtig nervig. Ich glaube, ich habe jetzt Speedboost bekommen. Die ist richtig, richtig nervig, weil die so einen fetten Traum hat, wo so richtig viele Schalker drin sind. Okay, das ist sehr. Oh, das ist die Säule. Diese dicke. Die mag ich nicht. Die Jump'n'Runs mir voll Kacke fallen, weil du am Ende deinen Kopf stößt. Ja, ich glaube auch eher, dass du das mit dem Schalker vielleicht oder mit Blöcken eben machen sollst. Wie gesagt. Ich nehme mich da als Hoch, Digga. Digga. Memo. Nein. Wenn ich mich jetzt nach unten tippe, dann Gnade dir Gott spiel. Ich bin unten. Ich muss eigentlich hoch tippen, nur da, wo ich meine Blöcke geplaced habe. Da hoch. Ich bin bei den Kisten. Ganz viele Dears. Ich bin in der Wand. Aber ich bin außerhalb der Wand. Aber hier ist ein Schalker. Nein, 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 nein. Ich bin fast tot. Ich habe mich außerhalb tippet. Ich auch. So, perfekt. Jetzt auch nach oben. tippe mich einfach hoch, anstatt mich ganz hoch zu bauen. Ja, mach das. Ich will den lieber mal erst, bevor ich irgendwas mache. Perfekt. So, seine Bums Kugel hat mich natürlich getroffen. Heißt? Wollen wir noch einer City gucken, oder wie wollen wir das machen? Ich kann ja mal hier vorne gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und wenn hier noch... Ah, das ist die falsche Richtung. Ich muss es auch noch rüben. Wenn hier noch irgendwie eine City ist, dann... Dann nehmen wir die ja natürlich noch mit, nur... Ich würde einfach... Ach eine, ich habe eine, ich habe eine. Da drüben? Ja. Wenn du rüberkommst, dann nach links laufen. Und die ist groß. Die ist wirklich groß. Oh. Oh mein Gott. Okay, wir müssen irgendwie strukturell durchgehen. Wie viele Items... Oh mein Gott, was? Das sieht fast so aus, als wären es zwei ineinander so groß ist. Die ist riesig, gell? Die 40 Blöcke reichen. All part down. Oh mein Gott. Ich sage bloß, ich schaffe es nicht mit den Blöcken, die ich habe. Es gebe ich dir Bescheid. Rube die an. Oh mein Gott, die Perle habe ich jetzt nicht verkackt, oder? Nein, ich fliege nach ganz unten. Oh mein Gott. Ich wollte gerade instinktiv was essen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, ich darf nicht sterben, aber ich habe eine absolut kranke Dierhose. Ja, ich würde auch nochmal eine Lüfe geben, wenn ich eine finde. Ich bin so ein Int. Oh mein Gott, jetzt wurde ich gehittet. Jetzt geht es fliegen los. Hört doch auf. So, ich muss jetzt, jetzt müssen Sie mich einmal kurz konzentrieren. Ich möchte jetzt einmal bitte kurz. Und ich habe schon wieder viel zu wenig leben, ich muss schon wieder was essen. Ich habe das vier. Ich habe das vier Eisenschwert. Das ist besser. Und jetzt kann ich dir ein Schatten ist drei Eisenschwert geben. Ach du Scheiße, was machst du denn da für eine Skulptur oder so? Erstmal eine Chorusfrucht. Ich spiele, ich spiele Slither. Oh. Ich merke es, Digga. Okay, dann würde ich sagen, farm wir jetzt Blöcke und dann gehen wir zum Portal, oder? Ja, das wäre ein guter Plan. Wirst du nicht in meinen Safe-Spot kommen. Ich brauche vier Crits für die und dann war es das mit denen. Meine sichere Blase. Ja, du brauchst noch vier Crits. Sorry, Sweating Edge. Sorry. Ach sich. Okay, jetzt werde ich jetzt zum Barro. Okay, wir passen. Ich sehe das Ding. Ich fliege daran rein, ich baue schon meine Treppe nach oben. Mach das. Aber wie fliegt man da jetzt am besten rein? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ich habe extra eine Brücke gebaut. Bist du bereit? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Warte doch. Es könnte theoretisch schon funktionieren. Lull. Okay. Dann lass die Fetzen hier. Let's go. Ich habe einen Down ohne Schaden zu kommen. Mach gar keinen Schaden. Mach gar keinen Schaden. Okay, nice. Bin wieder unten. Ich gehe mal zum... Ich gehe mich auf Freifat Basis an die Säule tippet. Okay. Er fixiert hat, glaube ich, nur mich. Halleluja. Fuck damn much. Oh, ich bin fast down. Oh. Der Händertracht hat mich fixiert, hat mich so in die Luft geschleert. Ich habe mich abgeschossen mit den Bums. War mir nämlich. Also bist du gerade eben hat er nur mich fuchsiert. Ich bin gerade bei 900 und minus 600. Er ist gerade runtergeflogen. Er ist gerade runtergeflogen. Ich habe ihn jetzt. Er hat einfach einen Enderman gekillt. Er hat einfach einen Enderman gekillt. Hier. Woher hat er mich denn hingejätet? Heilige Scheiße. Ich habe mich erschrocken. Ich bin am Portal. Was ist denn sein Problem? Mein Gott. Oh, du hast ihn echt zur Hälfte down. Zur Hälfte ist ein bisschen gut gemeint. Wenn wir da beide gleich drauf kloppen. Ja. Weg mit ihm. Let's go. Nein. Das kann es nicht sein. Ich habe es nicht geschafft. Mach ihn weg. Jetzt aber. Ja. Boom Junge. Schönes Ding. Auch die Enderman greifen mich an. Nice. Ich würde sagen. Wenn wir ein Herr getötet haben. Oh. 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 Tja. Wer ist jetzt? Wer ist jetzt? Wer ist jetzt höherer Level? Nein. Ich wollte den TvP. Ich darf beginnen. Lauf mal durch. 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 Was? Willst du komm her?